Dramatische Szenen aus der Küstenregion von Peru, etwa 60 Kilometer nördlich der Hauptstadt Lima. Dort haben sindflutartige Regenfälle zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Häuser und Straßen wurden zerstört. Einwohner der betroffenen Region waren mit Schaufeln und Spitzhacken im Einsatz, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Unter anderem sollen die Wassermassen eine Brücke zerstört haben. Zudem sei ein Bus von den Fluten eingeschlossen worden. Meldungen über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht. Das ganze Ausmaß der Schäden sei noch nicht absehbar, teilte das zuständige Amt für Zivilschutz mit.